Das ultimative Highlight des Jahres, die Party in der alten Kongresshalle. Am 9. Mai ab 16.30 Uhr mit spannendem Kinderevent, leckerem Barbecue, motivierender Celebration und feiern bis spät in die Nacht. Sei dabei, wenn es heißt Viva La Vida. Das ist ein bisschen, wenn es heißt Viva La Vida. Vielen Dank.